Okay ihr Lieben, hier sind wir wieder mit Monster Hunter World. An der Stelle hatte ich die ganze Zeit einen Hinweis vom Nähr Gigante übersehen und anscheinend sollen wir jetzt einfach nach Astera zurückkehren. So, ich dachte hier war jetzt noch eine alte Fußspur. Ne, alte gespaltene Dornen. Okay, mehr brauchen wir nicht, dann gehen wir doch einfach nach Astera zurück. Und schauen was sie alles so rausfinden können. Vielleicht finden sie den Nähr Gigante. Wir haben ein bisschen gejagt, einen Kiefer haben wir bekommen, eine Kralle. Einige Teile bekommen, weil wir haben die Monster ja gefangen. Okay, mal schauen was wir bekommen. Wir haben jetzt Jäger Rang 13. Die Plünderklinge hat Rang 5 erreicht. Es gibt neue Quests. Gänse Topfleber, wildes Hähnchen und der Kaiser Truthahn. Einige Lieferungen haben wir anscheinend abgeschlossen. Ich kann jetzt auch, wie es man nenangt, ist ja dann sie in Null. Ah, du bist zurück. Ich muss dir dringend etwas sagen. Ich habe ein paar beunruhigende Berichte von Feldteam erhalten, dass Drachenälteste in allen Regionen gesichtet worden sind. Und diese Berichte kamen ab der Zeit rein, als du die Heimat der Ältesten untersucht hast. Deshalb glaube ich, dass es damit zu tun hat, was der Nährgigante im Schilde führt. Ich möchte, dass du weiter nach einer Verbindung suchst. Ich werde auch versuchen, mehr Informationen über die Drachenältesten zu erhalten, damit wir richtig reagieren können. So, so, anscheinend müssen wir mehr Daten vom Nährgigante sammeln. Auch in der Heimat der Ältesten. Genau, ich gebe nur gerade meine Quests rein. Ich bin ja nicht so klug, ohne neue Quests loszuziehen. So, jetzt kann alles zurück. Ja, ich mache mal alles weg. Aber meine Fangmaterialien hier nehme ich mir wieder mit. Die waren sehr nützlich gerade. Ich muss mal neue Beruhigungsbomben machen. Und davon nehme ich zwei. So, davon nehme ich zwei mit. So, irgendwie kriege ich das gerade nicht auf die Reihe. Okay. Ist denn hier irgendwas Neues noch? Das nicht. Dann melden wir doch die Quest an. Das ist gar keine Quest da. Ich bin... Ich muss sie ja nur untersuchen. Aber vorher speichere ich noch. So. Untersuchen wir die Ebene doch weiter nach neuen Spuren. Ich finde, dafür hätten wir jetzt nicht zurückkommen müssen. Nur um herauszufinden, dass mehr Monster aufgetaucht sind. Begeheben. Sich Aber Wieder auch mal nach weiteren Spuren vom Nähr-Gigant. Wieder eine Schuppe. So ein bisschen Wurdeln, Miwan. Dann greifen die mich dann direkt an. Ein bisschen merkwürdig, oder? Das machen die doch sonst nicht. Gehen wir doch mal sofort nach hier oben. Da sieht aber alles nicht nach Fußspuren vom Nähr-Gigant aus. Hier bei dem riesigen Kristall, da kann sich ein Nähr-Gigant doch wohlfühlen. Da wird man auch vom Licht geblendet und der Blinde... Der ist aber riesig. Ach, irgendwie gibt es hier keine richtigen Hinweise. Wir haben doch schon alles abgegrast eben. Da sind jetzt die Kreuze weg, dass wir da... Ah, die Kreuze sind weg. Dann gehen wir doch mal hier in die Ebene. Also meine Vermutung ist jetzt, dass die Kreuze weg sind. Dann können wir da ja... Oh nein! Die kann ich absolut nicht ab. Ja, Baselgeuse entdeckt. Solange er uns nicht entdeckt, ist alles okay. Schnell noch meinen Kältetrank genommen. Ach ne, da sind immer noch Kreuze und wir kommen da nicht hoch. Ich hätte jetzt vermutet, dass das klappt. Hm. Was haben wir denn hier? Da ist der Fischforscher. Die Plünderer sind da unten. Das ist doch eine Spur. Ich glaube, das sind genug Hinweise zum Nergigante. Berichten wir der ökologischen Forschungsgruppe. Ich meine, haben wir eben genügend Spuren gesammelt gehabt, dass wir sofort zurückgehen können und uns nicht lange hier aufhalten müssen. Dann gehen wir auch sofort zurück. Das war ja glücklicherweise verhältnismäßig kurz. Das war ja glücklicherweise verhältnismäßig kurz. Wir sind ja auch nicht lange unterwegs gewesen. Ich glaube, jetzt haben wir genug Daten über den Nergigante. Okay. Willst du der ökologischen Forschungsgruppe berichten? Hm. Da sind die Guten. Oh, da bist du ja. Ich wollte dir Bescheid sagen, dass der Admiral uns gebeten hat, den Nergigante zu studieren. Das haben wir getan. Wir werden bald eine Quest vorbereiten. Was noch wichtiger ist. In der Zwischenzeit gibt es da etwas, was du wissen solltest. Basierend auf deinen Hinweisen haben wir herausgefunden, wovon er sich ernährt. Nämlich von Drachenältesten. Ja, schockierend, aber wahr. Der Nergigante ernährt sich von Drachenältesten. Das erklärt, warum wir den Nergigante nur während Ältestenwanderungen sehen und warum er den Zora Magdaros so unerbitterlich verfolgt hat. Es gibt nur einen Weg, ein Monster einzuordnen, das sich nicht einordnen lässt. Man wirft es auf den Drachenältestenhaufen. Ich glaube, ich dachte jedenfalls, das solltest du wissen. Der Kommandant informiert dich dann über den Rest. Für Gekter draußen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und was denkst du gerade? Das Monster Lexikon wurde aktualisiert. Okay. Das Monster Lexikon wurde aktualisiert. Dudu Gama. Der ist ja auch neu. Das einzige, den wir komplett haben. Zora Magdaros, wie sollen wir den denn komplett kriegen? Also die haben ein bisschen Rathion Diabolos noch nicht. Kirin auch noch nicht so viel. Der Nergigant ist auch schon gesichtet und gelistet. Ich rede mit dem Chefökologen. Ich glaube, Chefökologen. Ich rede mit dem Kommandanten. Wo sind die denn alle? Der Kommandant ist ja klar. Ich muss aufhören zu spielen. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wo wer ist. Ist doch klar, wo der Kommandant ist. Ach, es stößt mich einfach immer weg. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Hier drüben. Ach, du bist es. Ich habe gute Nachrichten. Ich habe gerade von der ökologischen Forschungsgruppe gehört, dass sie den Aufenthaltsort der Nergigante gefunden hat. Auf diesen Tag haben wir sehr lange gewartet. Der Nergigante ist für uns so rätselhaft wie die Ältestenwanderung. Über Jahre in Beck hatte der Nergigante und wir von gegenüber liegenden Stränden aus dem Blick auf das gleiche Ziel gerichtet. Wenn wir unsere Gegner studieren, können wir diese helfen, die größten Rätsel um die Ältestenwanderung zu lösen. Ich möchte, dass alle Jäger bei der Feldarbeit zum Nergigante helfen. Melde dich zur Quest an und begib dich zur Heimat der Ältesten. Wir müssen alles über diese Wesen und seine Lebensweise wissen. Ich weiß, du wirst nicht enttäuschen. Es ist soweit. Wir gegen den Nergigante. Der Drachen Älteste. Der Drachen Älteste frisst. Okay. Wir gegen den Nergigante. Ich laufe den ganzen Weg mal zu Fuß. Hey, Partnerin! Der Kommandant hat uns offiziell grünes Licht gegeben, den Nergigante zu erforschen. Und jetzt sind wir mit neuen Informationen bewaffnet. Der Nergigante ist ein Drachen Ältester, der andere Drachen Älteste frisst. Wow! Und ich dachte, mein Appetit wäre verrückt. Äh, ja genau das. Jedenfalls wissen wir jetzt, warum der Nergigante nur während der Ältesten Wanderung erscheint. Weil für den Nergigante eine Ältesten Wanderung ein endloses Buffet ist. Ein Buffet, bei dem er sich richtig viel Energie holen kann. Die Sache ist, der Nergigante hat die Chance auf seine Hauptmahlzeit verpasst, als wir den Soran Baktaros aufs Meer hinaus gelockt haben. Also ist er zur Heimat der Ältesten aufgebrochen, um andere Drachen Älteste zu finden, über die er sich hermachen kann. Das würde erklären, warum alle Drachen Ältesten so aufgebracht sind. Nichts kann uns aufhalten! Der Admiral wartet jedenfalls vor Ort. Wir sollten zu ihm gehen. Ich habe noch ein bisschen Essen für uns gemacht. Das ist eine Story Quest. Eine Wunde und ein Verlangen. So, dann warten wir doch, bis die fertig ist. Aber Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Da werden wir den Nergigante dann bekämpfen. Macht es gut! Eure Neko!